Moin Leute, der Wex hier und willkommen zurück zum Multileverus von The Last of Us, zusammen mit der Kati und dem Vorkab. Hallo. Wir warten auf den Gruppenführer, Anführer und ich bin in der zwölften Woche. Ja und ich bin in der ersten Woche Tag 3, unglaublich. Ich bin in der zweiten Woche. Juhu. Der Part ist noch nicht hochgeladen, oder? Wurde dein ganzer klar? Nein, der ist noch nicht hochgeladen. Oh, ich habe mir den nochmal angesehen. Und sogar im Nachhinein musste ich dann nochmal so richtig laut lachen. Das ist voll gemein, aber... Ich habe aber auch zuerst gar nicht realisiert, dass mir da halt Kills gefehlt haben. Ja, aber was brauchst du denn? Ich habe noch eine Exekution gebraucht. Oh, ist ja arschig, ey. Und die hat Vorkab hier genommen. Ey, 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 wenn du mir was gesagt hättest, hättest du es nicht gemacht. Ja, ich habe das voll verplant. Naja. Aber jetzt sind ja meine 14 Überlebenden gesund, ja. Bei mir hungern 52, also von dem her. Ey, bei mir sind 55 gesund, hallo, Respekt. Ich bin recht gut in Woche 2, Tag 6. Ja. Ja, du bist recht gut. Genauso wie Vex. Ja, ja, unglaublich. Nee, ähm, ich sollte vielleicht mal sagen, dass ich den Wechsel leiten kann, sonst würde ich mit ihm kein Projekt machen, nur so machen die Zuschauer. Auch wenn es eventuell die letzten paar Pauze übergekommen ist. Ja, ich stimme euch vollkommen. Stimmt gar nicht. Zu. Ja, sorry. Okay, jetzt leitet sich mein ganzer Hass an Kati weiter. Ey, das war's mit mir, jetzt geht's mit Kati Werner. Yay! Also, Kati, du bist, du bist doof. Das kam ja ausgeschossen wie aus der Kanone, ja. Ja, so voller Hass und so, ah, so aus tiefster Seele kam das jetzt gerade. Ja. Wir spielen mit Allison im Wunderland. Oh mein, cool. Ah ja, es hat übrigens immerhin eine Frage geschrieben, was das Maximale bei der Lasten, was ist? 999. Hat das schon jemand erreicht? Das ist, äh, ich hab keine Ahnung. Und die Frage ist das, wie wir uns im Vorfeld gedacht haben, komplett gehackt. Ja, das war's schon vor. Was? Bus, Bus. Ich mag nicht buchen, dann buchen noch nicht scheiße. Ich hab mir ein neues Set zusammengestellt mit militärischem Gewehr für meine Zuschauer, so, weil, ähm, ich auch mal ein bisschen schlechter sein wollte, damit ich nicht immer so gut bin. Er wollte auch mal seine 360-Noscope-Skills zeigen. Ich hab gehört, Fokker spielt Minecraft. Im Together, im Together mit, ähm, mit Wax. Wien mag ich nicht? Ah, genau, Wax. Ja, wir haben schon 20 Platz aufgenommen. Ja, ähm, genau. Und gibt's, ähm, auf Katis Kanal abzusehen. Ja, ja, ja. Von Wax und mir. Fängt am 1. April 2015 an. Und endet am 1. April 2016. Direkt 20 Platz hochgeknallt, ja. Und wir spielen das Bus Depot. Ja, nach kommst du's gemerkt hat. Der frühere Name hat mir besser gefallen, dieses russische Ding da. Ja. Was? Das hat ein früherer Name gehabt? Ja, weißt du nicht mehr, wo wir uns gefragt haben, wie die Map heißt, weil es auf Russisch noch da stand beim Release? War richtig gut, ja? Das war so geheimnisvoll. Man wusste nicht, was man bekommt. Das war schon cool. Ich hab schon wieder verlernt, wie alles geht. Ich auch. Ich wollte grad mit R2 sprinten. Und sehe ich nicht einfach toll aus? Ich hab mir extra so eine Brille geholt und, äh... Hey, Wax, du siehst einfach toll aus. Ja, Wax. Hammer. Hier, äh, Wintermütze. Ah, ich renn gar nicht Wechs nach. Wer ist das? Äh, Artis. Nee, das ist Artis. Artis. Ich hab nur das X gesehen und dachte so, okay, es ist Wechs. Warum ist das eigentlich? Ach, genau wie dem Schalldäpfer. Was hast du ihm gesagt? Warum ist das eigentlich? Ach, genau wie dem Schalldäpfer. Ich hab's noch ein Minus verstanden. Ich hab's schon verstanden, aber ich dachte am Anfang, er sagt was anderes. Was ganz anderes. Zum Beispiel. Warum wuchst du mich eigentlich? Das fand ich ein bisschen negativ. Und als Zeichen dafür, dass ich Wechs mag, schenke ich mir jetzt ein Geschenk. Komm her, Wechs. Vorsicht, 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 wir haben den Gegner fast direkt. Oh, das ist ein Bocksteil. Nein, hab's Kati geschenkt, Mann. Sehr gut. Kati. Toll. Überall. Das nächste Geschenk gehört dir, Wechs. Da vertraut man einmal Fokern und sowas. Ich schenke, ich schwör, das nächste Geschenk gehört dir. Ich schwör. Ich wollte sie wirklich geben. Hey, rechts, rechts, rechts steht, Anna. Der liegt über hier und zwar über. Ey, oben läuft übrigens jemand lang, ne? Der jetzt gleich wahrscheinlich auf unsere Köpfe raufkacken wird oder springen wird oder wie auch immer. Wie schießt denn jemand? Ah ja, ich hoffe, dass ich irgendeinem von euch mit der Klasse hier gerade den Gefallen tue. Weil ich ehrlich gesagt habe vergessen, äh, was, weil ich ehrlich gesagt vergessen habe, was ihr geschrieben habt. Vorsicht, hier wird gefeitet. Hier die ganzen Löhnen. Oh, cool. Diese Wechs-Kopie spielt gar nicht mal so schlecht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist gut. Ja. Sehr schön, Wechs-Kopie. So nennen wir ihn jetzt einfach immer. Er ist unser neuer Hero. Wechs-Kopie. Ich find Huffel-Puffel besser. Ja, Wechs, wir müssen aber auch ehrlich sagen, ne? Also bitte, dein, dein, dein Adlerauge, was du so schön an den Tag gelegt hast, das hat er echt nachgelassen. Sollst du wieder dran arbeiten. Ja, ich höre gar nicht dran. Jonathan war der Beste. Ja. Jonathan hat sich alle wegesniped. Ja, und dann war mir halt mit seinem allgemeinen Klo verstecken. Mit seinem Klo verstecken. Wechs, Wechs, wir haben ein Geschenk für dich. Ich bin fertig. Bist du hinter mir? Los geht's. Ja, ich bin da. Kati, geh weg. Geh weg, Kati. So, geh wechs. Danke. Der ist keiner. Das sah aus wie eine Schuhkiste, wie ein Schuhkarton. Das war ein Moly. Ja, und, okay, man war halt irgendwie verpackt. So schön geschenkt, ja. Ey, was? Wechs kriegt Schuhe geschenkt und ich nicht? Wo sind wir denn hier? Ja, ja, hallo, pschö. Die Leute meinen ja, ich mag dich und Wechs nicht. Jetzt sehen sie, wie es ist. Au, au, au. Ja, ja. Okay. Sorry, hier. Moment, Katze entert meinen Schreibtisch, okay. So an, Katz. Die Katz will auch mitspielen. Nee, grad, ähm, meiner... Sieh die ganzen Gegner. Ich kann kein Deutsch mehr. Ah, hinter uns, hinter mir, hinter mir. Bei Art, die Siff, bei... Die Wechs- die Wechs- die Wechs- die Wechs- die Wechs-Kopie macht das... Wechs-Kopie musst du sagen. Ja, ja, eben. Äh, der ist tot. Ah, die, noch nicht. Ja, fast. Jetzt. Der ist tot. Helft mir, helft mir! Ja, komm mal. Schon dabei, schon dabei, ich geh da raus. Ah, helft mir. Ja. Ah. Äh, okay, wer hat dich gerade verbrannt. Bist du tot, Wechs? Ah, nee. Nein, da hat sich über das verbrannt. Ah, Vorsicht. Bombe, 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 Bombe. Der trifft uns niemals. Ich seh, ich wollt's nur grad sagen. Bombe, Bombe, Bombe. Das war so ein schönes Wort. Wo, wo waren die jetzt, Katz? Da oben, da oben. Oh, komm her, komm her, komm her, komm her. Hey, 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 hey. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wie hat er dich hier getroffen? Keine Ahnung. Ach da, ach da. Alter, was war das denn? War ja voll arschig. Na, komm her. Ups, pass auf, wir sind das so fett. Oh, Freunde, das war arschig. Ja, zu schlimm. Wenn das einfach raus... Oh, da kommt einer rein. Ja, das ist aber super. Komm, ich helfe euch nicht. Ja, aber, na. Yay. Komm und helfe euch doch nicht. Doch, ich komme. Warte, ich komme. Ähm, okay, jetzt kann ich meine andere Ausrüstung... Und vier. Jetzt kannst du dein anderes Ausrüstung? Das ist gut Deutsch. Ja, ähm, jetzt hab ich ein Präzisions- Nee, ich hab zu wenig Geld. Fuck. Wo seid ihr denn? Ich hab Angst um euch. Hallo? Nur Artie Siff ist neben mir. Äh, wer ist neben mir? Arbex. Aber wir ist mal wieder... Ich hab neulich in Instagram geschaut. Mir ist mir wieder aufgefallen, wie die beste Schweizer eigentlich die englische Sprache betont. Scheiße. Ja, jetzt we speak very 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 good English. Bin ich auch immer so wunderschön. Achtung, da ist ne Bombe. Achtung, da ist ne Bombe. Ja, aber ich dachte, das wäre unsere. Alter, jetzt chillt. Ihr macht das ja nicht. Und du hast es so nicht bemerkt. Kommt ihr jetzt? Ich bin hier so allein. Okay. Wir müssen mal irgendwie was reißen. Ich hab grad mal zwei Vorräte. So kann's nicht weitergehen. Warte, Wex, ich heil dich. Bleib stehen. Ich hab zwei Vorräte vor 17. Ah, jetzt hab ich drei Vorräte. Sehr gut, Wex. Verletz dich einfach mal wieder. Okay, jetzt gewinnen wir. Oh, ich hab nur vier Schuss mit dem Gewahr. Oh Gott. Okay, Leute. Jetzt müssen wir Ausschau halten nach Gegnern. Ich muss übrigens welche mit dem Molotow exekutieren, falls es jemand interessieren sollte. Falls nicht, dann ignoriert diese Aussage einfach. Hast du was gesagt? Nee. Okay, gut. Weil... Ich hör auch noch so rauscht mit der Grund. Wex, wie geht's dir heute eigentlich so? Ja, ja gut. Und dir? Ja gut. Verkaufschmerzen. Jetzt müssen wir wieder mit der Lastverscheidung vergangen haben, aber trotzdem. Hecht jetzt? Ja, ja. Keine Ahnung. Marmes Ding. Ich glaub, ich hab die Aufnahmetaste zu haut gedrückt. Ja, das ist auch. Ich seh keine Gegner, bin ich... Ich bin nicht... Ah, 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 ich hab halt gesehen. Ah, nee, doch nicht. Da drüben irgendwo. Ich geh lieber zu euch. Da ist sicherer, glaub ich. So für den Moment jedenfalls. Yo. Ich hab mega die Sniper, aber kann ich ziehen. Yay. Das ist immer gut. Alter, wo sind die denn? Laufen die jetzt auch direkt einmal um uns herum, oder wie? Ja, glaub ich grad auch. Wir sind im Haus gegenüber von mir. Wo denn? Ich bin gerade unter der Brücke. Da ist ein, da ist ein, beim gelben Auto. Jawohl! Oh, oh, was? Was war das gerade? Der ist weg, hallo, Arzis, hallo. Nein! Das Überleben will nicht ernst. Jawohl, nein! Arzis, hallo, ich sterbe hier. Alter, der redet. Hilfe, Hilfe. Renn bitte der Zahn vorbei, ja? Ah, ah, Bombe. Hey, Arzis, hallo. Bombe. Sag mal, also... Warte, ich helfe dir, ich helfe dir. Warte, ich, äh... Mann, der war so scheiße, mein Molotov. Der hat er sich ja auch nicht gezeigt, ja. Ich wusste, ja, ich seh... Ich helfe... Wir haben einen mit dem Militärchen gewährt, yes. Sehr gut, Vorsicht, neben uns kommt noch einer, neben uns kommt noch einer. Ja, ich... Ja, sehr gut. Okay, gut. Oh, Junge, wie... Hey, Vex, das musst du unbedingt haben. Du kannst ziehen und... Also, du kannst besser ziehen als er. Das ist echt gut. Autsch. Oh, Vex. Oh, wow. Gut, ich spiele jetzt auch mal wieder Bogen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Shit. Vorsicht. Ich fühl mich grad so cool, wenn ich jetzt wirklich ziehen könnte, dann wär doch gut. Ein Wohlschotter, der war noch, ja? Wechselsaus, was machst du? Das war blockade. Ja... Wir haben nicht wirklich Ehre. Ich hab ihn getroffen. Jawoll! Drei auf einmal, leck mich am Arsch an! Sehr gut, Kathi. Alter, Alter. Oh, 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 Hilfe, Hilfe. Hilfe. Nein! Nein, ich bin nicht da. Da freut man sich, dass man einen getroffen hat und dann das. Am besten du... Alter, wie teuer ist die Munition für das Gewehr? Vorsicht, da liegt die Bombe, ne? Ob, das kann doch nicht sein. Hast du gehört? Der Rettner sagt halt alles gleich weg. Hä? Ich bin wo ganz anders. Achso, okay, war weg. Ich rede hier nur. Ach, Vorsicht! Oh, der hat das... Oh! Sniper, 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 Sniper. Haha, haha, hilf mir, Wex. Ja, Moment. Vorsicht, aber da kommt jemand. Oh, ich stelle dich rein. Ja, schnell, 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 schnell. Oh! Oh nein, nein! Oh, das ist ein Arschig, Mann. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ja, verdammt. Ah, okay, ich brauch mir erst mal eine Rüstung. Dann... Ich muss ja, ich hab hier die perfekte Kleidung für... ...Map hier. Hintergrunds, äh, Pilot-Aberne. Oh, das ist ein Arschig, Mann. Sehr gut, Wexler, Sniper, 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 Sniper. Sehr gut. Ich mag ihn am Wechselsatz. So, okay. Oh, oh. Es steht doch jemand hier. Es ist doch irgendwo jemand. Äh, Wexler ist... Was? Was macht er? Da ist er, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Komm schon, hör rein. Seht doch nicht. Oh. Äh, die Zeit. So, jetzt. Hilfe, Hilfe. Ich bin tot. Ich sehe sie. Ich seh sie. Ich hab jemanden gekillt, äh, durch die Rauchgelatte. Handshot, ja, alles klar. Mal sehen, ob die... ...Troffen werden. Wie zeigt das das? Jawoll, ich hab jemanden erwischt. Irgendwie. So ein bisschen. Au, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh nein, ich hab keine... Ich hab keine Pfeile mehr. Das müssen wir noch reißen. Jawoll, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. So, der ist down. Der ist down. Der ist down, der ist down. Der ist down, ja. Äh, genau, dieses Präzisionsding da. Aber du blockst das Wechsel, ich kann damit nicht rumgehen. Aber wer bekommt das? Keine Ahnung, hast du's nicht schon? Das ist bei käuflichen Waffen. Ach so. Nee, 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 das kriegt man relativ schwer. Ah, Vorsicht, der hat einen Molle, der hat einen Molle, der hat einen Molle. Oh, bei mir ist eine Molle. Oh, ich bin getroffen worden von 30. Und der hat seinen Molle-Tor an mir verschwendet, ist der dumm, Alter. So, komm, komm, komm her. Ich hab' ich sagt mal, wir haben einen Molle. Oh, komm, Alter, ich will. Der steht nicht mehr auf. Dann werd' ich auch noch gekillstealt. Gekillstealt? Gekillstealt. Was heißt das? Die moderne Internetsprache, Insledsplay. Lol, roffel. XD. Mein Bildungsauftrag. Oh, ho, ho, ho. Junge, Junge, Junge. Tja. Shit, da sind mehrere. Ich hab' dem Headshot gegeben, yes. Aber er hat mir auch. Kann mir jemand helfen? Ja. Äh, unterwegs, unterwegs. Hab schon. All durch, ich helf' dir. Ah, er hat auch ihn getötet, da war wenigstens mal schön. Vielen Dank für die Hilfe, Mann. Dankeschön. So, ja, na, prop. Ähm, im Moment. Vorräte? Oh, ja, war klar, dass er... Wo bist du? Rechts von euch, rechts. Scheiße. Das überleben wir nicht. Tamal. Die sind aber nicht gut. Da noch da? Aber wir sind auch nicht gut. Er war an die Umnot, oder wo waren die? Nein, da hinten sind sie. Wie wärs mit Rauch? Ich hab' ne Rauchgranate geworfen, aber... Ja, ich hab' jemanden getroffen. Also, ihr seht schon, äh... Ich muss mich hier auch erstmal wieder einspielen. Warte, warte, kommt noch ein. Oh, 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 Vorsicht, okay. Weg, 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 weg. Oh, oh, komm. Messrin! Okay, dann nicht. Wenn ich da jetzt rüberlaufe, dann ist es vorn, weg. Oder? Shit, shit, warte, ich muss mich mal zurückziehen. das war zu hart im militärischen gewerke konzentriert mich zu sehr aus zielen dass ich das andere alles vergessen und kann ich mal ziehen das hatte wechsel ich komme nicht heilen ja vorsicht artis ist auch hier ja klar ja ist ja ich kann mich treten alter steht man es gibt es nicht wie schlecht war ich jetzt aber ich habe ich sie markiert oder was du das jetzt ich bin tot das ist schlecht es war echt nicht meine runde ja militärisches gewehr nie wieder los wächs ersatz du schaffst ich glaube die spiel im team sollten wir vielleicht auch mal wo ich habe 28 der sogar 13 solchen das hinkriegen bei so vielen schaffst du hast auch fast geschafft der gedanke war nicht schlecht also die sind gegeben oder 141 das war ein richtig erfolgreicher part minus 44 dann würde ich sagen wenn wir einfach den wunderschönen part wenn es nie gegeben hat ganz genau und bis zum nächsten bis zur nächsten episode bis zum nächsten mal tüdlü